Unsere Musik hat sich in den 30 Jahren so verändert, dass wir, Bruno und ich, vor allem extrem viele verschiedene Sachen hören, immer modern und wir suchen immer nach neuen Bands, nach neuen Sounds und haben auch von der Stille her absolut keine Berührungsängste. Das kann Reggae sein, das kann Metal sein, was auch immer. Die Themen in den Songs sind natürlich Liebe und dann noch Liebe, v.a. Liebe. Unsere Rituale vor dem Konzert sind Mischi-Systeme und nach dem Konzert sind Mischi-Systeme. Nein, ich denke, es tut mir einfach nachher, dass es mir Freude hat, wie es herausgekommen ist. Also ich muss sagen, wir hatten in den vielleicht 350, 400 Konzerte selten ein schlechtes Konzert. Wir treffen uns einmal in der Woche seit 30 Jahren und jammen und nehmen alles auf. Also die Freude auch, dass wir proben, dass man sich dann einfach freut, die Gitarre einzustecken und Musik zu machen. Ich denke, das, was wir jetzt machen, was wir hier drinstecken, ist schon recht wichtig. Das ist für mich auch fast wie ein Anfang, ein neuer Anfang. Und wir denken schon, dass es eine Platte gibt, die uns, das ist jetzt das siebten Album, das wird eine Platte sein, die schon wieder sehr speziell ist für uns. Alles klar! Alles klar! Untertitelung des ZDF für funk, 2017